Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Lias Crime Time. Es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja meine Lieben, ich habe heute Morgen auf mein Smartphone geguckt und was habe ich da gesehen? 3010 Abonnenten. Oh mein Gott. Ich bin echt mega, mega, mega happy und so dankbar, dass wir jetzt schon so viele sind. Und ich hatte ja in einem der letzten Folgen gesagt, bei YouTube gilt jetzt natürlich die Abonnentenzahl für die Leute, die mich jetzt auf den Podcastportalen hören. Ich habe da ja noch gesagt, dass ich denke, dass wir vielleicht dieses Jahr die Zahl noch schaffen und jetzt sind wir sogar schon drüber. Danke jeden Einzelnen von euch, der mich jetzt begleitet seit vielleicht sogar schon sechs Monaten. Ich habe vor sechs Monaten mit YouTube begonnen und habe gedacht, ich schaffe es vielleicht mal irgendwann auf 500 Abonnenten. Dass wir jetzt über 3000 sind, damit hätte ich niemals gerechnet. Und ja, einen lieben, 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 lieben Dank an euch. Und auch einen lieben Dank möchte ich loslassen an die liebe Elke. Ich werde jetzt nicht sagen, wie du bei YouTube heißt und ich werde auch nicht deinen vollen Namen sagen. Aber du hast mir jetzt schon so häufig einen Kaffee ausgegeben, dass ich dachte, es ist mal Zeit, Danke zu sagen. Ich hatte mich nämlich vor einigen Monaten, ich hatte es, glaube ich, in irgendeinem Video mal erwähnt, steht auch immer in der Videobeschreibung, auf der Seite kofi.com angemeldet. Und dort kann man Streamern oder Podcastern, was auch immer, oder wem auch immer besser gesagt, Kaffee ausgeben. Und das fand ich eine super Idee, halt eben, ja, kleinere Streamer, Podcaster, was auch immer, zu unterstützen. Und da hat die liebe Elke mir jetzt schon ganz häufig mal einen Kaffee spendiert. Also vielen Dank dafür. Ja, ihr Lieben, ich habe auch gesehen, bei Instagram sind ein paar neue Leute dazugekommen. Ihr dürft mich da auch gerne weiterhin abonnieren. Da wollte ich so ein paar kleine Gewinnspiele machen jetzt im Dezember. Wenn ihr da dabei sein wollt, dann abonniert mich da gerne. Oder auch hier bei YouTube oder auf den Podcastportalen, da bin ich auch zu finden. Nicht jedes Video wird auf die Podcastportale übrigens gestellt. Bestellt, aber viele Videos auch. Beziehungsweise da wären es ja keine Videos, da sind es ja Podcasts, die ihr euch da anhören könnt von mir, beziehungsweise Folgen. Aber bei YouTube sind es ja immer Videos. Okay, ihr Lieben. Ja, was ich auch noch sagen wollte, bei diesen 3000 Abonnenten und den 6 Monaten, am Anfang habe ich immer sehr gestammelt und wusste noch nicht so, wie man Videos überhaupt schneidet, beziehungsweise Videos schneiden schon, aber Audios schneiden, da war ich noch Neuling. Und ja, auch wenn ich jetzt immer noch ein bisschen mit der Tonqualität manchmal Probleme habe oder mich mal verhaspel, kommt alles vor. Und ihr müsst immer bedenken, ich bin kein Profi, ich bin erst 6 Monate dabei eigentlich. Also ja, manchmal nehme ich mir Kommentare nämlich auch zu Herzen, manchmal nicht. Es kommt immer darauf an, wenn sie da mal zu doll unter die Gürtellinie gehen, dann lösche ich sie auch, weil ich finde, man sollte hier schon ein freundliches, respektvolles Miteinander haben. Ja, ihr Lieben, genau. Und mit der Technik möchte ich mich ja auch noch ein bisschen verbessern. Ich habe ja jetzt nur so ein Übergangsmikrofon, weil es von Rode ja nur noch rauschte. Das ist mir einmal runtergefallen. Ich denke, es hat vielleicht auch damit zusammengelegen. Und im Januar kommt dann ein besseres Mikrofon. Das hier ist jetzt, wie gesagt, ja nur so eine Übergangslösung, die mir ehrlich gesagt auch nicht so gut gefällt, weil man die Nebengeräusche sehr stark hört, was bei dem Rode-Mikrofon nie der Fall war. Aber hier hört man so ziemlich alles. Ich hoffe auch, dass ich meine rechte Hand heute nicht viel bewege im Video, weil ihr hört es jetzt mal. Ich habe um meine Hand nämlich so einen Handschuh, weil ich mich so ein bisschen verletzt habe. Und der ist so ein Plastikhandschuh, wie so eine Art Putzhandschuh halt, damit ich da nicht so drankomme, weil da ja runter ist ein Verband und so. Und ja, das hört man schon extrem auf den Aufnahmen, habe ich eben gehört. Also hoffentlich hört man das dann nicht zu doll, weil dieses, das stört natürlich schon ein bisschen. Wir sind ja hier nicht bei ASMR, sondern bei Liga Square Crime Time Podcast. Ja, jetzt will ich aber nicht mehr zu lange. Babbeln wir ja mit so fast fünf Minuten, in denen ich heute mal nur gesprochen habe. Aber dazu auch noch mal kurz. Ich höre manchmal andere Podcasts bei Spotify oder Podimo. Da reden manche Menschen dann 15 Minuten, bevor es zum Fall geht. Also ich denke, da bin ich wirklich noch sehr gut drin. Mir sind es im Schnitt immer so zwei Minuten. Aber heute musste ich einfach mal Danke sagen und ein paar Sachen erzählen. Das muss auch mal sein. Und ja, jetzt starten wir aber mit dem Fall, der leider heute ein bisschen kürzer wird, weil ich leider wenig Informationen darüber habe. Ich hatte diese Woche leider auch nicht so viel Zeit, einen neuen Fall zu erarbeiten. Da habe ich mir gedacht, dass der ganz gut kommt, weil es da leider nicht so viel Infos drüber gibt. Aber ich auch wieder finde, dass man den auf jeden Fall auch vortragen sollte. Heute stelle ich euch nämlich den Fall der Monika Byrne vor. Aus dem Jahr 2010. Das ist ein Tötungsdelikt. Monika Byrne wurde nur 63 Jahre alt. Geboren wurde Monika Byrne in England und kam in den 60er Jahren als junge Frau dann nach Deutschland. Monika Byrne war eine freundliche und weltoffene Frau. In Solingen wohnte und arbeitete sie als Lehrerin. Monika Byrne war bekannt in Solingen, da sie junge Künstler der Musikszene förderte. Aber auch wurde sie in einigen Zeitungen als gute Freundin der Band Die Duten Hosen bezeichnet, für die sie Texte ins Englische übersetzte. Im März 2010 war sie wegen einem Herzinfarkt in Reha gewesen. Auch hatte sie eine leichte Gehbehinderung und war wohl in dieser Zeit nur eingeschränkt arbeitsfähig und fühlte sich auch allgemein nicht mehr so wohl in ihrer Lebenssituation. Sie plante auch eventuell in Richtung ihrer Tochter zu ziehen, da sie in Solingen ja kaum noch etwas halten würde. Am 30. März 2010 hatte sich Monika mit Freunden in ihrer Wohnung am Neumarkt 9 in Solingen verabredet, über der Kneipe M. Cotton. M. Cotton, also in dieser Kneipe M. Cotton hat Monika Byrne quasi gewohnt, also eine Etage darüber, in dem Haus quasi, wo die Kneipe drin war, M. Cotton. Das nur nochmal dazu. Als die Freunde bei Monika klingelten, war die Klingel von ihr immer noch kaputt. Als die Freunde dann klopften und ihr Handy in der Wohnung hörten und Monika nicht darauf reagierte, nicht das Handy abnahm, riefen die Freunde von Monika die Polizei, da sie ein ungutes Gefühl gehabt hatten. Leider sollte sich dieses ungute Gefühl dann bestätigen. Als die Polizei mit der Feuerwehr die Tür öffnete, lag Monika Byrne leblos in ihrer Wohnung. In Monikas Wohnung sah aber alles normal aus und da sie Vorerkrankungen hatte, ging man von einer natürlichen Todesursache aus und zog ihre Herzerkrankung in Betracht. Kein Anhalt auf Fremdverschulden oder Suizid hieß es. Eine Woche nach dem Auffinden von Monika Byrnes Leiche geht ihre Familie nochmal in die Wohnung. Dabei fällt Monikas Tochter auf, dass die Ringe ihrer Mutter fehlten, die auch nicht beim Bestatter gelandet waren. Als sie zwei Tage später nochmal in die Wohnung gehen, sehen sie, dass in Monikas Wohnung eingebrochen wurde. Die Tochter bekommt aufgrund dieser Vorfälle irgendwie ein komisches Gefühl und auch die Polizei ordnet aufgrund der Vorfälle nun sicherheitshalber eine Obduktion von Monika Byrne an. Am 12. April 2010 fand diese dann statt und der Tochter wird daraufhin mitgeteilt, dass ihre Mutter keinen natürlichen Todes gestorben ist. Die Todesursache behält die Polizei jedoch für sich und hält es als Täterwissen zurück. Als klar war, dass Monika Byrne ermordet wurde, gründet sich daraufhin die Mordkommission Neumarkt. Die Ermittlungen können auch erst aufgrund der späten Feststellung des Mordes 13 Tage später beginnen, was natürlich nicht so günstig ist, weil viele Spuren natürlich verändert oder zerstört sein könnten bis dahin oder vielleicht auch zerstört wurden, weil die Wohnung ja auch ausgeräumt wurde nach dem Tod. Zwei Tage bevor Monika tot aufgefunden wurde, also am 28. März 2010, telefonierte sie noch mit der Familie ihres Bruders in England. Die Polizei geht also davon aus, dass sie zwischen dem 28. bis 30. März 2010 ermordet wurde. Die Polizei geht auch davon aus, dass Monika ihren Mörder die Tür geöffnet haben muss oder aber dieser einen Schlüssel gehabt habe. Auch halten sie den Täter für vermutlich schon polizeikundig. Auch gehen sie davon aus, dass Monika Byrne ihren Mörder vermutlich gekannt hatte. Bei den Befragungen von engen Freunden und Familie von Monika kam heraus, dass sie wohl auch erhebliche Geldsorgen gehabt hatte. Es hätte wohl mal Krawall mitten in der Nacht vor ihrer Haustür gegeben. Es sei wohl aufgrund möglicher Schulden gewesen. Das Problem mit diesenjenigen soll Monika aber wohl geklärt haben. Jedoch blieben wohl trotzdem arge finanzielle Sorgen und zudem viele ungeöffnete Briefe. Darauf lässt sich schließen, dass die Situation finanziell wohl schon sehr, sehr schlecht ausgesehen haben muss. Mit den beiden Ringen, die vermisst werden, wird auch ein sogenanntes Covernbuch der Beatles vermisst, mit Originalunterschriften. Die beiden Ringe, die vermisst werden, waren unter anderem der Ehering von Monikas verstorbenen Vater und ein Ring, der sogenannte, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Queen Victoria Half Sovereign Ring. Dieser ist sehr auffällig gewölbt aus einer englischen Münze. Darüber trug sie immer den Ehering ihres Vaters. Fotos stelle ich mal bei YouTube und auch bei Instagram rein, dann könnt ihr euch das mal nochmal anschauen. Anfang Mai 2010 ging dann ein Pärchen zu einem Juwelier, auch in Solingen, aber im Stadtteil Ohligs, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, und wollte einen Ring dort in Zahlung geben. Dieser Ring sah aus wie der von Monika Byrne. Da er aber nicht viel Wert hatte im Ankauf, nahm das Pärchen den Ring einfach wieder mit. Die Polizei sucht dieses Pärchen natürlich, es hat sich immer bis heute nicht gemeldet. Die Kripo Wuppertal ermittelt nun schon länger in dem Fall und der Fall ist mittlerweile auch ein Cold Case. Es kamen einfach keine neuen Hinweise mehr rein, so hatte man sich dann nämlich entschlossen, 2019 damit zu Aktenzeichen XY ungelöst zu gehen. Nach dieser Sendung 2019 meldete sich eine Frau, diese behauptete, dass sie einen Ring besitze, so wie den von Monika Byrne. Näheres dazu oder aktuelleres, liest man darüber jetzt aber gar nicht mehr, also was daraus geworden ist, weiß man nicht. Auch meldete sich damals jemand, der zu einer Person aus dem Wohnumfeld von Monika Byrne Angaben machte, und der Hinweis desjenigen sei für die Polizei hochinteressant gewesen, so hieß es. Aber auch dazu gibt es leider kein Update. Somit ist also der Mord an Monika Byrne nun elf Jahre ungeklärt. Leider konnte ich euch nicht mehr Infos versorgen, selbst auf dieser All-Mystery-Seite, wo man ja manchmal echt viel findet, habe ich so gut wie gar nichts gefunden. Jedoch fand ich es aber trotzdem sehr wichtig, den Fall euch mal einmal vorzustellen, gerade weil der Mord ja eigentlich nie aufgeklärt worden wäre, wäre dieser Einbruch da nicht passiert. Ob das jetzt auch nochmal der Täter war, weiß ich natürlich nicht genau. Die Polizei geht davon aus, hatte ich ja glaube ich auch eben schon erwähnt, und ich gehe da auch von aus, dass dieser Täter mit Sicherheit Erfahrungen hat im Bereich Gewalt, vielleicht sogar Tötungsdelikten, weil er Monika ja auf eine Art und Weise tötete, die man ja scheinbar nicht sehen konnte. Vielleicht erstickt, ich weiß es nicht, weil es waren ja keine Würgespuren oder irgendwelche Spuren, die ja darauf hätten schließen können, dass Monika umgebracht wurde, rein äußerlich. Deswegen war es natürlich super wichtig mit dieser Obduktion und gut, dass man das dann doch noch festgestellt hat. Ja, übrigens geht die Polizei in Monika Burns Fall aber auch nicht von einem Raubmord aus, denn es wurde ja nichts geklaut, eventuell die Ringe, das kann sein. Und vielleicht das Covernbuch, vielleicht wurde es aber auch einfach nicht gefunden, weil sie gehen nicht von einem Raubmord aus, da Bargeld in der Wohnung unberührt geblieben ist. Also alles, was Monika Byrne vielleicht noch so an Wert hatte, blieb alles in der Wohnung. Es war nichts durchwühlt wie nach einem Einbruch oder so, sondern ja, bei diesem Mord kam es einfach eventuell nur zum Stehlen der Ringe und dieses Covernbuchs eventuell. Ich gehe irgendwie davon aus, sagt mir nur, meine Intuition kann natürlich auch falsch sein. Ich glaube, dass Monika Byrne ihren Mörder auch wirklich gekannt hat. Irgendwie denke ich, dass das so ist. Ich weiß nicht, vielleicht auch bei jemandem, bei dem sie auch noch Schulden hatte, man weiß es ja nicht. Aber so einen richtigen Raubmord ließt die Polizei ja aus. Eine Vergewaltigung oder so scheint es ja auch nicht gegeben zu haben. Ich denke mal, das hätte man vielleicht dann doch in der Presse erfahren. Es ist natürlich schwierig. Man hat jetzt so gar keine Anhaltspunkte in dem Fall. Ich sage immer, solche Fälle löst vielleicht irgendwann Kommissar Zufall durch einen Mitwisser oder ja, doch eine Spur, die man vielleicht noch DNA-mäßig bekommt oder so. Man weiß es nicht. Zum Beispiel habe ich auch gestern erst das Video, was ich mal gemacht habe, über Nicole Stint kommentiert. Da hatte noch jemand was reingeschrieben und da habe ich nur so drunter kommentiert, weil mir das dann so wieder in den Sinn kam, dass das wahrscheinlich auch irgendwann nur mal Kommissar Zufall lösen wird, weil ich glaube, auch in dem Fall Nicole Stint wird es sehr schwierig sein, noch mal irgendwann jemanden wirklich dran zu kriegen, sage ich jetzt mal ganz böse. Aber ich hatte damals mal zu meiner Anfangszeit ein Video über Stefanie Drews gedreht. Es war ein kleines Mädchen, was von der Teufelstalbrücke gestürzt wurde und der Täter wurde noch über 20 Jahre noch geschnappt. Der hatte auch seine Taten immer im Internet gegoogelt, um auf dem neuesten Stand zu sein, sozusagen. Er hatte überhaupt nicht damit gerechnet, jemals überführt zu werden und wurde dann doch überführt. Und genau das wünsche ich mir bei Monika Byrne und bei Nicole Stint und ganz besonders auch bei Frauke Liebs. Das ist irgendwie... Frauke Liebs ist für mich einfach so ein Fall, der mir bis heute, glaube ich, am nahesten geht, den ich am meisten so in mein Herz gelassen habe. Ich habe diese Doku jetzt auch schon mehrfach bei TVNOW bzw. RTL Plus, heißt es ja jetzt gesehen und gestern Abend sogar noch mal bei Vox angemacht. Dabei kannte ich es ja schon, weil mich diese Doku so, so, so bewegt hat. Und das haben jetzt ja bestimmt auch schon viele von euch gesehen. Vielleicht auch gestern erst bei Vox, wo sie dann auch gelaufen ist, am 24.11. Ja, aber das sind so Fälle, so Herzensfälle von mir, wo ich mir ganz, ganz arg eine Aufklärung wünsche oder natürlich auch bei Kindermorden. Dort natürlich auch. Ja, ihr Lieben, jetzt habe ich heute mal ein bisschen vorher und nachher noch dazu gequatscht. Ich hoffe, das war jetzt mal nicht schlimm. Es kommt ja bei mir nicht so häufig vor. Aber ab und zu muss es halt auch mal sein. Und ich bin immer noch so dankbar für diese 3000 Abonnenten. Und ich hoffe, ich kann euch bald noch mit besserer Qualität, also mit besserem Stimmklang und vielleicht auch meine Videos noch mal ein bisschen professioneller gestalten, wenn ich Zeit dafür finde. Möchte ich das auf jeden Fall auch mal angehen und ja, auf jeden Fall darauf aufbauen, auf den Abonnenten. Ja, vielen Dank, dass ihr immer mit dabei seid und ich würde sagen, bis zu einer nächsten Folge. Eure Lia.